Die Zentrale der Staatssicherheit. Hier residiert Erich Mielke als Chef eines der erfolgreichsten Geheimdienste der Welt. Der Auftrag, die DDR am Leben halten. Mein Land zu verteidigen, da darf ich natürlich alles tun, was notwendig ist. Die Stasi entführt politische Gegner, verteidigt die Grenze und bespitzelt das eigene Volk. Sie trägt zum Rücktritt des westdeutschen Kanzlers Willy Brandt bei und stiehlt tausende Geheimnisse. Die Staatssicherheit ist eine metastasierende Sicherheitsbürokratie im SED-Staat gewesen. Als das Volk aufbegehrt, stürmen Bürgerrechtler das Ministerium für Staatssicherheit. Das Wissen, das die über uns angelegt haben, das ist ihr Herrschaftswissen. Und ihr Herrschaftswissen gehört in unsere Hände und Köpfe. Die Akten der Stasi. Einblick in eine Welt voller Geheimnisse. Feind ist, wer anders denkt. Geheimnisse der Stasi. Gegen den Klassenfeind. Berlin 1963. Seit zwei Jahren teilt eine Mauer die Stadt. Sie trennt Menschen, Familien und politische Systeme. Für Wolfgang Engels ist das unerträglich. Er ist Fahrer bei der NVA, der Nationalen Volksarmee. Und will raus aus der DDR. Mit einem Panzer direkt durch die Mauer. Das Fahrzeug bleibt stecken, mitten in der Schusslinie der Grenzsoldaten. Der 19-jährige Wolfgang Engels wird schwer verletzt. Doch er gelangt irgendwie in den Westen. Für das Ministerium für Staatssicherheit eine schwere Pleite, die von den Westmedien genüsslich ausgekostet wird. Jede Flucht aus der DDR hat das MFS als Niederlage empfunden. Es war eigentlich nicht gelungen, zu verhindern, dass jemand geht. Die Flucht von Wolfgang Engels ist für die Stasi aus einem weiteren Grund besonders beschämend. Seine Mutter arbeitet selbst in der Normannenstraße. Dort steht die Zentrale der Staatssicherheit. Ein ganzer Gebäudekomplex in Berlin-Lichtenberg. Der Mann an der Spitze ist Minister Erich Mielke. Er hat die Staatssicherheit mit aufgebaut und wird hier 32 Jahre lang den Ton angeben. Ein überzeugter Kommunist, der seinen Staat, die DDR, schützen will. Seit dem Mauerbau gehört die Sicherung der Grenzen zu den wichtigsten Aufgaben der Stasi. Die Grenztruppen der DDR werden von Stasi-Mitarbeitern der Hauptabteilung 1 kontrolliert. Dauerhaft und penibel. Es gab einen immenser Aufwand, der dann notwendig war, der vorher nicht da gewesen ist. Insofern war das also schon ein schwerer Einschnitt. Trotz der immer dichter verschlossenen Grenze versuchen mutige DDR-Bürger weiter ihr Land zu verlassen. Allein in Berlin graben sie 39 Fluchttunnel. Jetzt installiert die Stasi sogar Mikrofone im Erdboden. Bei einer Tunnelflucht an der Bernauer Straße wird ein DDR-Grenzposten erschossen. Durch einen Querschläger eines anderen DDR-Soldaten. Das allerdings wird erst nach der Wende bekannt. Mehr als 700 Menschen sterben wohl an der deutsch-deutschen Grenze und an der Berliner Mauer. Wer die Grenze der DDR legal überqueren darf, wird streng überprüft. Sämtliche Passkontrolleure sind ab 1961 Stasi-Mitarbeiter. Und so dringt man in immer weitere Bereiche vor, was einen unheimlichen Machtzuwachs zur Folge hatte. Und dieser Machtzuwachs drückt sich eben auch in einen personellen Zuwachs aus. Das MFS wächst in dieser Zeit ständig. Die Abteilung Passkontrolle entwickelt sich zur größten Abteilung der Stasi. Ihre Mitarbeiter helfen aktiv, Spitzel in den Westen zu schleusen. Oft am Bahnhof Friedrichstraße, dem Grenzübergang in Berlin-Mitte. Man hatte ja keinen normalen Pass, sondern man ging sozusagen als einer, der einen Tagesaufenthalt in der DDR genutzt hatte, nach West-Berlin zurück. Jeden Tag mischen sich Dutzende von Stasi-Agenten unter heimkehrende West-Touristen. Sie gehören zur sogenannten HVA. Die Hauptverwaltung A, kurz HVA, ist der Auslandsgeheimdienst der DDR. Ihr Hauptquartier befindet sich in der Stasi-Zentrale an der Normannenstraße. Von dort aus sendet sie ihre sogenannten Kundschafter des Friedens in den Westen. Die Auslandsspionage wird immer aufwendiger betrieben. Die Zahl der Mitarbeiter wächst von anfangs zwölf auf fast 5000 Hauptamtliche und 15.000 inoffizielle Mitarbeiter. An der Spitze der HVA, der Mann ohne Gesicht. Der Westen kennt zwar den Namen Markus Wolf, aber wer sich dahinter verbirgt, davon haben die Geheimdienste der NATO keine Ahnung. Wie gut er arbeitete, zeigt sich, dass seine eigene Identität dem Westen über Jahrzehnte unbekannt blieb und er erst sehr, sehr spät enttarnt wurde. Vorher galt er als ein Schattenmann, den man nicht genau fassen konnte. Dann macht einer der Mitarbeiter von Wolf dem Image des Schattenmanns ein Ende. Stasi-Mann Werner Stiller flieht 1979 in die Bundesrepublik, stellt sich dem BND und liefert Informationen über seinen Chef. Ein Jahr zuvor war Markus Wolf inkognito nach Schweden gereist. Sein vermeintlicher DDR-Diplomatenpass fällt an der Grenze auf. Der schwedische Geheimdienst macht ein Foto von dem verdächtigen, großgewachsenen Mann mit Sonnenbrille. Überläufer Stiller bestätigt, der Mann auf dem Foto ist Markus Wolf. Der Chef aller DDR-Spione. Enttarnt, aber dennoch weiter ein gefährlicher Gegner. Er versteht den Westen, er versteht, wie er tickt und er ist ausgesprochen effizient und ausgesprochen effektiv. Seine Witwe Andrea Wolf gibt Einblicke ins private Fotoalbum. Auf den ersten Blick will Wolfs Werdegang so gar nicht in den Arbeiter- und Bauernstaat passen. Markus Wolf stammte ja aus einer intellektuellen Familie. Sein Bruder war ja ein ganz bekannter Filmemacher. Sein Vater war auch ein Intellektueller, die im Exil während der NS-Zeit in Moskau war. Im Moskauer Exil erhält Markus Wolf seine politische Prägung. Markus Wolf war eher ein Weltenbürger und auch ein Intellektueller, vielleicht auch eher ein Schöngeist. Das macht natürlich nichts wett, was er getan hat. Natürlich war er auch und vor allen Dingen der Chef des Auslandsgeheimdienstes der DDR und so hat er auch agiert. In Moskau wird Markus Wolf umfassend ausgebildet. Mit 29 wird er Chef der DDR-Auslandsspionage. Wenig später auch Stellvertreter des Ministers. Drei Jahrzehnte lang führt er seine Agenten mit einer Effizienz, die bei Freund und Feind gefürchtet ist. Er verteidigt seine Leute bis zuletzt. Dann muss ich hier mich dagegen wenden, dass viele Mitarbeiter dieses Ministeriums, die ich aus langen Jahren kenne, nun zu Prügelknaben der Nation gemacht werden sollen. Werner Grossmann ist lange Jahre Wolfs Stellvertreter, wird 1986 zu seinem Nachfolger. Er kennt auch den Privatmann Markus Wolf. Er war für uns Vorbild und das ist ja eigentlich bis zuletzt für mich auch geblieben. Da hat sich überhaupt nichts daran geändert, obwohl wir dann im Laufe der Jahre ja dann ein sehr enges Verhältnis hatten, ein freundschaftliches Verhältnis, auch familiär. Wir haben dann auch gemeinsam in einem Haus gewohnt. In Berlin leben Wolf und Grossmann Tür an Tür. Auch auf der Datsche des Agentenchefs ist Grossmann oft zu Gast. Ganz privat und ganz prima. Also da wurde mit den Kindern gespielt und da gab es Unterhaltung oder vor allen Dingen war die Kunst, war natürlich Thema. Wolf und Grossmann sehen sich als Beschützer der DDR und folgen loyal den Weisungen der Staats- und Parteiführung. 1971 wird Erich Honecker erster Sekretär der SED und damit mächtigster Mann im Staat. Er will die DDR aus der Isolation führen, augenscheinlich wird der Alltag lockerer. Doch im Hintergrund wacht die Stasi umso mehr. Nach dem Einsperren der DDR-Bevölkerung mit der Mauer gab es eine schrittweise Verfeinerung der Mittel der Herrschaftsausübung. Den Versuch durch verbesserten Konsum Menschen zu gewinnen, eine gewisse Lockerung kulturpolitischer Art, immer nur phasenweise. Aber eben auch und vor allem eine Perfektionierung der Herrschaftsinstrumente der Stasi. Sie wurde technisch besser und umfassender und darin auf eine subtile Weise gemeiner. Das muss man wissen. Die Aufgaben der Stasi werden immer umfangreicher. An der Grenze wacht sie über die Grenzsoldaten. Die sollen Fluchtversuche mit aller Macht verhindern. Alle Grenzübergänge sind fest in Stasi-Hand. Hier kann sie Spione unerkannt und bequem ein- und ausreisen lassen. Zu den Operationen im Ausland gehören auch die Auftritte von DDR-Sportlern im Westen. Die Stasi kümmert sich um den nötigen Erfolg und den Einsatz von Doping. Das Ziel heißt Medaillen für die DDR. Viele ehemalige DDR-Spitzensportler sind bis heute Ikonen des deutschen Sports. Die Staatssicherheit hatte ein massives Interesse daran, dass dieser Spitzensport auch weiter Spitze blieb. Und dafür war, wie bei so vielen anderen Dingen, jedes Mittel recht. Wenigstens im Spitzensport soll die DDR besser als der Westen sein. Wie weit auch die Stasi dabei gehen soll, belegt ein Papier aus den 80er Jahren, der geheime Staatsplan 1425. Darin wird gezieltes Doping angeordnet. Auch für Minderjährige. Auf direkten Befehl der DDR-Führung. Zuständig ist die Hauptabteilung 20 des MFS. Hier wird auch Schwimmtrainer Uwe N. als inoffizieller Mitarbeiter geführt. Er gilt bei den Sportlern als harter Knochen. Eines seiner jungen Talente in der Sportschule ist Rika Reinisch. Er hatte immer so eine Bonbonniere-Schachtel und da waren so die Namen dran. Und ich habe gesehen, dass ich andere Tabletten oder also die gleichen, aber dann noch ein paar zusätzliche erhielt. Und da hieß es eigentlich nur so lapidar, das dient der schnelleren Regeneration des Körpers und das sind Vitamine. Das ist gut für dich, nimm das mal. Die Pillen werden großzügig verteilt. Oral Turinabol aus dem volkseigenen Betrieb Jena Farm. Anabolika, Doping für schnelles Muskelwachstum. Das Präparat kann Bluthochdruck, Leberschäden und Unfruchtbarkeit verursachen. Schätzungsweise 15.000 Leistungssportler werden in der DDR mit Oral Turinabol und anderen Steroiden gedobt. Rika Reinisch erfüllt bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 alle Erwartungen. Dreimal Gold. Da hätte ich die ganze Welt umarmen können. Das war's. Das war der Olympiasieg. Doch plötzlich spielt ihr Körper verrückt. Die 15-Jährige kommt mit chronischer Eierstockentzündung ins Krankenhaus. Ein Arzt warnt die junge Frau, durch die Medikamente könne sie vielleicht keine Kinder mehr bekommen. Rika Reinisch beendet ihre Sportkarriere sofort. Nach der Wiedervereinigung wird ihr Trainer wegen Körperverletzung durch Doping zu einer Geldstrafe verurteilt. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass so gut wie keine Medaille, so gut wie keine Weltmeisterschaft oder ähnliches ohne fördernde Substanzen erreicht wurde. Und das Perverse ist, dass die Athleten es eben oft gar nicht wussten. Erst der Untergang der DDR bringt Licht in das Ausmaß des Staatsdopings. Doch auch im Westen wird seit den 70er Jahren großflächig mit Anabolika gedobt. Experten gehen von weltweit mehr als 100 Doping-Toten aus. Doping, Grenzregime, Bespitzelung. Nach innen und außen. Immer mehr Zuständigkeiten. Immer mehr Macht. Opfer spielen keine Rolle. Auch nicht die Sportler mit Dopingschäden. Minister Mielke gibt sich nach außen als begeisterter Fan des Sports. Vor allem seinen eigenen Sportclub will Mielke siegen sehen und bezeichnet jeden, der ihm den Rücken kehrt, als Verräter. Alle Sportvereine, die Dynamo im Namen tragen, gehören zum Ministerium für Staatssicherheit. Mielkes Herz schlägt besonders für die Fußballer von Dynamo Berlin. Er war schon eine respekteinflussende Person und er war voll auf Erfolg getrimmt. Also man sollte seine Spiele besser gewinnen. Sonst kam halt auch mal ein bissiger Kommentar. Er war fast auf jeder Feier mit dabei gewesen und hat sich natürlich dann, weil wir meist erfolgreich waren, natürlich auch in unserem Ruhm gesonnt. Auch Lutz Eigendorf spielt für Dynamo Berlin. Er wird als Beckenbauer der DDR gefeiert. 1979 türmt der Vorzeigespieler bei einem Spiel in der Bundesrepublik. Lutz Eigendorf unterschreibt beim Klassenfeind in Kaiserslautern. Für 100.000 D-Mark im Jahr. Er ist auch in der Bundesliga erfolgreich. Der Spieler mit dem Ruhm. Lutz Eigendorf. Und er bezieht Offenstellung gegen die DDR. Ich glaube, dass der Reiz einmal in der Bundesliga zu spielen, wo doch an sich das Leistungsniveau wesentlich höher ist als wir in der DDR-Oberliga, doch sehr groß war. Und wenn man im privaten Bereich nicht die Möglichkeit hat, sich individuell irgendwie zu vervollkommen und weiterzuentwickeln, dann kann man das auch nicht auf dem Fußballplatz tun. Eigendorf ist ab jetzt der Verräter für das MFS. Dokumente der Staatssicherheit belegen, Agenten verfolgen Eigendorf im Westen auf Schritt und Tritt mit bis zu 50 Mitarbeitern. Sie protokollieren akribisch ihre Erkenntnisse. Und auch diese Stichpunkte notiert ein Sachbearbeiter. Unfallstatistik, Narkosemittel und Verblitzen. Das bedeutet Blenden. Direkt dahinter der Name Eigendorf. Was genau plant die Stasi? Am 5. März 1983 verliert Lutz Eigendorf auf einer Landstraße die Kontrolle über sein Auto. Haben Agenten ihn frontal geblendet? Verblitzt, wie es im Stasi-Jargon heißt? Vier Jahre nach seiner Flucht ist der Fußballer tot. Offiziell ein Unfall. Eigendorf stirbt mit 2,2 Promille Alkohol im Blut. Dabei berichten Zeugen, er habe an diesem Abend nur wenig getrunken. Hat die Stasi den Sportler ermordet? Die Stasi hat ganz klar Menschen getötet. Sie hat nach dem Bau der Mauer Agenten ausgebildet, als sogenannte Kämpfer, die Mordaufträge durchführen durften. Viele der Tötungsdelikte, die im staatlichen Auftrag passierten, das war License to Kill, was da stattfand, sind heute schwer nachzuweisen. Bei der Verfolgung von geflüchteten DDR-Bürgern greift die Stasi zu allen Mitteln. Gift, Briefbomben, Schusswaffen. Wie viele Mordanschläge auf ihr Konto gehen, ist seriös nicht zu ermitteln. Erich Mielke will, dass seine Agenten bereit sind, zu töten. Man muss so eine junge Schickisten suchen, herausfinden und unterziehen, dass man gesagt, der geht jetzt dorthin und den erschießt dort im Feindesland. Mordpläne vereinbaren sie mündlich, lassen die Tat wie Selbstmord oder Unfall aussehen. Die Stasi wäre nicht der einzige internationale Geheimdienst, der Morde in Auftrag gibt. Die Akten enthalten keine Beweise, aber zahlreiche Indizien. Es ist die Aufgabe der Hauptverwaltung Aufklärung der HVA, die Aktivitäten der Stasi im Ausland durchzuführen und zu tarnen. Die HVA leitet unter Markus Wolf die Einsätze im Westen. Die Spitzensportler der DDR stehen unter besonderer Beobachtung. Dennoch gelingt mehr als 600 von ihnen die Flucht. Bei Lutz Eigendorf deutet vieles auf Stasi-Mord hin. Nur ein Bruchteil der HVA-Aktivitäten in der Bundesrepublik. Auch die Wirtschaftsinteressen der DDR vertritt die HVA. Eines der brisantesten Kapitel. Industrie-Spionage. Der DDR-Planwirtschaft mangelt es an Rohstoffen und Kapital. Für Forschung und Innovation fehlt das Geld. Wir waren im engen Kontakt mit dem Außenhandelsministerium, mit den wirtschafts- und wissenschaftlichen Einrichtungen. Erkenntnisse, die im Westen da waren und bei uns noch nicht, dass wir also geholfen haben, da Erkenntnisse zu sammeln. Westdeutsche Top-Unternehmen im Visier der Stasi. Auch die chemischen Werke Hülz. Sie verfügen über eine große Forschungsabteilung für neuartige Kunststoffe. Die Stasi schleust den Chemiker Wolfgang Müller ins Labor ein. Müller war Abteilungsleiter bei den chemischen Werken in Hülz. Und aus den Akten erschließt sich, dass er aus dem laufenden Forschungsprozess Informationen an die DDR geliefert hat. Man muss davon ausgehen, dass die dort reproduziert wurden, um in der Konkurrenz mit dem Westen mitzuhalten. Unter dem Decknamen I.M. Hans schöpft Müller das Know-how ab, das seine Führungsoffiziere bei ihm bestellen. Dabei nutzt der Industriespion beste Kameratechnik der DDR. Diese Kamera, eine Zeisig 1, um 1960 entstanden. Diese sind spezielle Dokumentenkameras, die von der Stasi entwickelt worden sind, um Informationen zu sammeln. Diese Kamera ist so gebaut, dass man sie in einer Streichholzschacht oder ähnlichem verstecken kann. Zum Schmuggel von Dokumenten wurden sogenannte Container verwendet. Das heißt, das sind offensichtliche Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel dieses Deo-Spray. Hier ist es tatsächlich so, dass man eine Ampulle mit dem Originalspray immer noch da hat. Das heißt, man kann das Deo-Spray immer noch nutzen, aber in dem großen Hohlraum letztendlich viele Unterlagen schmuggeln. Regelmäßig sendet Wolfgang Müller Fotos und Dokumente nach Ost-Berlin. 18 Jahre lang liefert er eine chemische Formel nach der anderen an die DDR, ohne erwischt zu werden. Dafür zeichnet ihn die Stasi sogar aus. Und entlohnt ihn großzügig. Rein quantitativ lagen die Hauptspionageaktivitäten in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Das hat nicht zuletzt natürlich damit was zu tun, dass die DDR-Wirtschaft ja ständig hinter der bundesrepublikanischen Wirtschaft hinterherhingte. Und auf diesem Gebiet war man auch relativ erfolgreich. Aber auch das hat ja nichts genützt. Die Defizite der DDR-Wirtschaft, wie wir alle wissen, konnten dadurch nicht kompensiert werden. Was nicht im Osten hergestellt werden kann, muss im Westen eingekauft werden. Dazu braucht die DDR Devisen. Devisen, das sind D-Mark, US-Dollar, britische Pfund. Das Geld des Klassenfeinds. Oberster Devisenbeschaffer ist Alexander Schalk-Golotkowski. Mit teils kriminellen Methoden und Westkontakten erwirtschaftet er im Lauf seiner Karriere 28 Milliarden D-Mark. Damit kann die DDR Rohstoffe und Waren auf dem Weltmarkt kaufen, die im eigenen Land fehlen. Geschäfte mit Westprodukten, sogenannte Intershops, dienen ebenfalls der Devisenbeschaffung. Genau wie der Mindestumtausch für Besucher aus dem Ausland und der Freikauf politischer Häftlinge durch die Bundesrepublik. Die marode DDR-Industrie kann so allerdings nicht saniert werden. Die Stasi muss zunehmend in den Betrieben aktiv werden, um die Unzufriedenheit der Werktätigen im Griff zu behalten. Damit ist das MFS auch eng mit dem Kardinalproblem der DDR befasst. Der mangelnden Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Marktwirtschaft im Westen. Industrie-Spionage und Devisenbeschaffung sind nur Tropfen auf den heißen Steinen. Neben West-Berlin ist Bonn der zweite Schwerpunkt der Stasi-Arbeit im Westen. In der damaligen Bundeshauptstadt kommen die besten Agenten von Markus Wolfs HVA zum Einsatz. Sie werden gejagt von ihren westdeutschen Gegnern. An den Bahnhöfen der Bundesrepublik wird nach Ost-Agenten gefahndet. Eine dieser Auffälligkeiten, fast ein bisschen lustig, bestand darin, dass aus der DDR eingesetzte Kundschafter am Zielort eine halbe Stunde lang den Zeitungskiosk beäugten, die halbnackten Frauen oder einfach nur das ganze Wunde bestaunten. Und wer sich also in dieser Weise verdächtig gemacht hat, der wurde dann einfach observiert. Mal sehen, was ist das denn für einer? Passt der in das Raster, wo wir ihn vermuten? Mit der Bahn reisen hunderte DDR-Agenten erst nach West-Berlin, dann weiter über Köln nach Bonn. Dort sollen sie Politiker und Angestellte aushorchen oder besser noch anwerben. IMs, sogenannte inoffizielle Mitarbeiter, sind die ergiebigste Quelle der Stasi. Geschätzt 6000 Bundesbürger führt die Stasi insgesamt als IMs. Wir haben großen Wert darauf gelegt, ähnlich wie wir selbst dachten, also politisch engagierte, motivierte oder interessierte, Bundesbürger ausfindig zu machen, zu gewinnen und sie bitten, für uns zu arbeiten. Die Versprechen des Sozialismus, Frieden und Gleichheit sollen Bundesbürger zum MFS locken. Auch die andere Seite wirbt fleißig spitze. Der BND gewinnt sogar tausende DDR-Bürger für seine Zwecke. Allerdings sind viele von ihnen Doppelagenten und arbeiten auch für die Stasi. Die westdeutschen Dienste locken selten mit abstrakten Versprechen, dafür aber oft mit harter D-Mark. Beim BND, wenn sie versucht haben, DDR-Bürger zu werden, stand im Vordergrund das materielle Angebot, Geld. Wie die Stasi-Informanten lockt, zeigt der Fall Bernd Jürgen Runge. Als junger Mann ist er im linken Flügel der FDP aktiv. Dann stellt ihm eine Freundin einen Philosophie-Professor aus Leipzig vor. Und wir haben uns dann kennengelernt. Und zwei Jahre lang haben wir uns in Ostberlin diskutiert und gestritten. Runge weiß nicht, dass der sympathische Philosoph IM der Stasi ist. Erst als Runge in die Kommunistische Partei eintreten will, spielt die Stasi mit offenen Karten. Wir haben dann gesagt, wenn du für diese Ziele stehst, dann bleib doch lieber da, wo du bist, nämlich in der FDP. Dann kannst du für uns hilfreicher, nützlicher sein. Und das hat mir damals eingeleuchtet und ich habe mich damals so völlig idiotisch, wenn ich so heute sage, so in die Tradition des antifaschistischen Widerstandes bewegt mental. Fast ein Jahrzehnt lang gehört Runge unter dem Decknamen IM Richard zu den fleißigsten Stasi-Spionen in Bonn. Das MFS bestärkt Runge in der FDP weiter an seiner Karriere zu arbeiten. Mehr Einfluss bringt dem MFS auch mehr Informationen. 1978 wird Runge Sekretär von William Borm, Alterspräsident des Bundestages. Was haben wir zu besprechen? Einen weiteren Artikel des Bayern-Kuriers. Runge wird von der Stasi im Unklaren gelassen. Er weiß nicht, dass auch sein neuer Chef für den Osten spioniert. William Borm muss 1950 in der DDR wegen angeblicher Kriegshetze ins Gefängnis. Dort verpflichtet er sich gegenüber der Stasi und kommt vorzeitig frei. Er geht in den Westen und macht Karriere in der FDP. Baum's Berichte aus Bonn bringen seinem Führungsoffizier jede Menge Lorbeeren ein. Das ist Markus Wolf, der Chef der HVA persönlich. Bestens informiert über alle Interna der Regierungspartei FDP. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Werner Grossmann will Wolf alle westdeutschen Parteien unterwandern. Markus Wolf war ja in langen Jahren im Gespräch mit ihm zusammen und hatte also mit ihm Kontakt gehabt. Ich muss sagen, bei der FDP hatten wir in der Spitze in der Zwischenzeit zwei weitere ganz wichtige Kundschafter etabliert. Zwei Stasi-Spione Schulter an Schulter in der Bonner FDP-Zentrale. Beide Überzeugungstäter. Aber nur der eine weiß von der Agententätigkeit des anderen. Alterspräsident Baum. Er soll den jungen Kollegen im Auge behalten. William Baum stirbt 1987. Seine Stasi-Tätigkeit wird erst nach der Wende bekannt. Heute unterstützt Bernd Jürgen Runge die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen, um mit sich und der Vergangenheit ins Reine zu kommen. Was ich nicht akzeptieren kann, ist, dass viele Mitarbeiter der HVA, die Zuträger waren, sich heute noch ihrer Vergangenheit rühmen. Und sich weigern, das kritisch zu verarbeiten. Dazu möchte ich nicht gehören. Die HVA-Agenten im Kalten Krieg suchen immer neue Wege, um an Informationen zu gelangen. Auch Liebe und Sex. Es ist die Zeit der Romeo-Agenten. Ihre Opfer sind meist westdeutsche Sekretärinnen, über deren Schreibtische gehen alle wichtigen Unterlagen. Für ihren Romeo schmuggeln viele Vorzimmerdamen bereitwillig Papiere aus der Behörde. Das MFS liefert die passende Spionagetechnik. Eine Tasche mit einer versteckten Kamera für konspirative Zwecke vom operativ-technischen Sektor 1981 gebaut. Im Inneren sieht man auf der einen Seite eine Eigenentwicklung der Stasi, eine spezielle Kamera, die durch diesen kleinen Schmuckaufsatz die Bilder machte. Auf der anderen Seite sieht man das Infrarotblitzlicht. Und das blitzte durch das infrarotdurchlässige Leder durch. Die Auslöser befinden sich auf den beiden Seiten. Je nachdem, wie man die Tasche hält, muss man letztendlich drücken. Der große Vorteil ist, Infrarotblitzlicht ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. Das heißt, es ermöglicht die Spionage auch bei Dunkelheit, ohne dass das Opfer irgendetwas von den Fotos letztendlich mitbekommt. Gern baut die Stasi den ersten Kontakt im Urlaub auf. Dort schöpfen die Damen am wenigsten Verdacht. Denn wer ist am Strand schon auf der Hut vor einem Stasi-Spitzel? Einer der Romeo-Agenten, Tarnname Wolf. Die Stasi wirbt ihn, als er in Leipzig Journalismus studiert. Kundschafter des Friedens, draußen im Ausland zu arbeiten, um den Sozialismus zu sichern und den Frieden zu sichern. Wer konnte da Nein sagen? Unter dem Decknamen Wolf reist er im Auftrag der Stasi an den Goldstrand in Bulgarien. Seine sogenannten Zielobjekte sind klar definiert. Es waren überwiegend westdeutsche Frauen natürlich, ja, und in der Altersklasse so zwischen 20 und 30, Mitte 30, ja, und überwiegend Studenten, Studentinnen. Anhand seiner Berichte trifft die Stasi eine erste Auswahl. Ist die Frau als künftige Quelle geeignet und verlässlich? Lässt sie sich in eine strategisch wichtige Position bringen? Jeder Schritt des Romeo ist einstudiert. Das war auch eine Maßgabe, die Zielpersonen immer aus den Gruppen heraus zu lösen. Also sie zu isolieren, ich habe sie dann irgendwann gefragt, ob sie mit mir gerne ein Eis essen würde. Da habe ich ihr ein Eis besorgt und die anderen gingen schwimmen und sie blieb dann zurück und wartete darauf, dass sie das Eis brachte. Und da hatte ich sie für mich. Das Ziel sind romantische Momente, um den Frauen möglichst viele Informationen zu entlocken. Auch Wolfs Führungsoffizier ist am Ort des Geschehens. Täglich muss der Romeo Bericht erstatten. Ich wurde tatsächlich mit einer Handvoll Kondomen ausgestattet, ja, und die Maßgabe war natürlich auf keinen Fall Spuren zu hinterlassen, also in Form eines Kindes zum Beispiel. Wenn eine Frau den Anforderungen entspricht, übernimmt nach dem Urlaub ein anderer Romeo, genau zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse. Die meisten Opfer sind alleinstehende Sekretärinnen und Assistentinnen in Bonn. So wie Gabriele Kliem. Sie ist 32, als sie in die Fänge der Stasi gerät. Hier im Rhein-Pavillon spricht sie 1977 ein Romeo-Agent an und lädt sie zum Essen ein. Es kam ein Mann auf mich zu, der aussah wie der absolute Traum meines Lebens. Also als hätte jemand gewusst, wie der Traum meines Lebens ist und der stand plötzlich vor mir. Gabriele Kliem ahnt nicht, dass die Stasi sie seit Monaten ausspäht und ihren Romeo für sie sozusagen maßgeschneidert hat. Kliem arbeitet in der US-Botschaft. Und er hat gesagt, eine der Möglichkeiten wäre, dass wir zusammenbleiben, wenn ich auch freie Mitarbeiterin, inoffizielle freie Mitarbeiterin in seiner Firma werden würde. Und ja, das erschien mir dann sehr schwierig, weil ich überhaupt nicht wusste, worum es geht. Und dann hat er gesagt, das könnte ich, wenn ich ihm irgendwelche Papiere aus der Botschaft bringen würde. Jahrelang schmuggelt sie brisante militärische Dokumente aus der Botschaft. Wie sie glaubt für ein Friedensforschungsinstitut. Ahnt nicht, dass sie für die Stasi spioniert. Man muss also prüfen, wo denn ihre Sympathien liegen, wo man einen Geheimdienst oder eine Befragungsorganisation ansiedeln könnte, die sich mit ihren politischen Ansichten in denkungsgleich bringen lässt. Acht Jahre lang führt Gabriele Kliem eine Beziehung mit ihrem Romeo. Sie hofft auf eine Heirat. Doch der Mann vertröstet sie wieder und wieder. Im Nachhinein war das natürlich alles ein sehr unschönes Spiel mit mir. Er war nun von der ersten Sekunde an die größte Liebe meines Lebens. Diese Figur sehe ich immer noch hinter allem anderen stehen. Gabriele Kliem ist eine von vielen. Nach der Wende werden 34 Frauen enttarnt, die für die Stasi spioniert haben. Aus Liebe. Es wird Vertrauen aufgebaut. Vertrauen in der engsten Form, wie sie sich zwischen Menschen nur denken lässt. Das heißt, Menschen werden in die Irre geleitet, werden missbraucht und werden im Grunde genommen seelisch vergewaltigt. Das steckt hinter Romeo. Und für mich sind die Romeo-Methoden im Grunde genommen staatlich sanktionierte Prostitutionen. Die Romeo-Methode wird auch vom Gegner angewandt. Das erste deutsch-deutsche Opfer ist Elli Barchatis, die Chefsekretärin von Otto Grotewohl, dem Ministerpräsidenten der DDR. Für ihren Geliebten Karl-Laurenz wird sie zur Spionin. Beide werden von der Staatssicherheit enttarnt und 1955 zum Tode verurteilt. Elli Barchatis wird hingerichtet. Mit dem Fallbeil. Als Romeo-Agent hat Wolf mehr als 15 Frauen manipuliert. Heute tut es ihm leid. Könnte ich das Rad zurückdrehen in 40 Jahren? Ich würde mich darauf nicht mehr einlassen. Mit dem Kenntnisstand von heute. Es war ein Pakt mit dem Teufel. Andere Stasi-Veteranen sind noch heute stolz. Ich freue mich bis heute, dass es da auch Quellen gegeben hat, die unbekannt geblieben sind, auch nach unserem Ende, und nicht erkannt worden sind. Ich werde sie auch heute nicht nennen. Im Vergleich der Auslandsgeheimdienste gilt die Stasi als besonders effizient. Sie wirbt Agenten im Westen mit sozialistischen Idealen. Oder manipuliert Frauen mit vorgegaukelter Liebe. Über die Politik in Bonn weiß das MFS meist bestens Bescheid und kann so oft direkten Einfluss nehmen. Einmal entscheidet die Stasi sogar über das Schicksal einer westdeutschen Regierung. Bundeskanzler Willy Brandt. Seit 1969 steht der SPD-Mann für frischen Wind in Bonn. Doch 1972 scheint seine Zeit schon zu Ende. Vier Abgeordnete sind aus der Regierungskoalition zur CDU-CSU übergetreten. Die Opposition hat damit eine Mehrheit. Der CDU-Vorsitzende Rainer Barzel will Brandt mit einem Misstrauensvotum stürzen. Das gefällt der DDR-Spitze nicht. Willy Brandts Politik der Annäherung zwischen Ost und West kommt auch den Interessen der SED entgegen. Das ist von der Partei- und Staatsführung der DDR stets der Wunsch oder die Hoffnung gewesen ist, dass in der Bundesrepublik eine sozialdemokratisch geführte Regierung an der Macht ist und keine CDU-CSU. Und insofern war es natürlich eben auch für uns Aufgabe, dass sie stabil bleiben konnte, dass sie an der Macht bleiben konnte. Die Stasi entwickelt eine Strategie, mit der Brandt Kanzler bleiben kann. Das Ziel, Stimmen bei CDU und CSU kaufen und so das Misstrauensvotum torpedieren. Julius Steiner, CDU-Abgeordneter aus Baden-Württemberg, steht ganz oben auf der Liste der Kandidaten. Die Stasi gibt ihm 50.000 D-Mark. Der Preis für seine Enthaltung. Tatsächlich werfen bei der Abstimmung zwei Abgeordnete einen leeren Zettel in die Urne. Neben Julius Steiner wohl ein weiterer Unionspolitiker. Willy Brandt bleibt im Amt. Die diskrete Hilfe der Stasi wird erst nach dem Ende der DDR bekannt. Das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Willy Brandt ist wohl in den 40 Jahren Existenz der DDR und des Ministeriums für Staatssicherheit die nachhaltigste Einflussnahme auf die politischen Geschicke der Bundesrepublik. Die Stasi-Spitze feiert. Erich Mielke und Markus Wolf haben die Machtfrage beim Klassenfeind mitentschieden. Zwei Deutsche, die Geschichte schreiben. Mielke ist ein Kind dieser Zeit. Er ist bauernschlau, aber nicht gebildet. Sein späterer Stellvertreter, der schöne Herr Wolf, aus einem guten Elternhaus stammt und mit bürgerlichen Manieren ausgestattet und mit Bildungsgut. Das war ein ganz anderes Kaliber, wobei man sich fragen muss, wen man mehr verachten muss. Die beiden Stasi-Chefs wählen sich auf der Siegerstraße. Sogar mitten im Kanzleramt haben sie einen Spion platziert. Günter Guillaume. Der wesentliche Erfolg aus Ostsicht meines Vaters ist es gewesen, so hoch im Zentrum der Macht, so nah an Willy Brandt zu sein, um vieles Stimmungsmäßige, Atmosphärische und so weiter mitzubekommen. 1973 begleitet Günter Guillaume die Familie Brandt sogar in den Urlaub. Kommt dem Kanzler und seinem Schriftverkehr noch näher. Für die DDR, für die Ostseite immer sehr wichtig, inwieweit kann die DDR Willy Brandt vertrauen? Kann man dem verhandeln oder will der uns über den Tisch ziehen? Guillaume hat Einblick in vertrauliche Papiere, aber der westdeutsche Verfassungsschutz ist ihm auf der Spur. Im April 1974 wird Günter Guillaume enttarnt. Willy Brandt zieht die Konsequenzen. Der Kanzler tritt zurück. Für die Stasi ein schwerer Rückschlag. Der Mann, den sie im Amt halten wollte, scheitert an einem Stasi-Spion. Ich werde immer gefragt, war das ein Superkauf? Naja, man kann das schon so bezeichnen. Ein Mann von uns in einer solchen Position natürlich eine ganz wichtige Person. Und insofern ist eine Entharnung und wie es dann später, also durch Brandt auch weiter verfolgt ist, dass er zurückgetreten ist, ist schon eine große Niederlage natürlich. Günter Guillaume wird der Prozess gemacht. Sieben Jahre später, bei einem Agentenaustausch, kehrt er in die DDR zurück. Nach der Rückkehr meiner Eltern wurden sie auf einen ziemlichen Sockel gestellt. Sie waren also die Vorzeigeagenten, sprich Kundschafter des Friedens in der DDR. Es fanden Veranstaltungen, sie waren Foren statt, in denen meine Eltern entweder zusammen oder einzeln aufgetreten sind, von ihrer geheimdienstlichen Arbeit berichtet haben. Die Guillaume-Affäre führt auch der Öffentlichkeit vor Augen, wie tief die Stasi in westdeutsche Politik involviert ist. Die DDR verliert den Wettlauf mit dem Westen, ökonomisch und moralisch. Die Stasi wird sich dagegen stemmen. Die Stasi wird sich gegen ihn verletzend. Die Stasi wird sich darunter unterdrücklich. Dann wird sich dann direkt zu deruter Zeit, in der Nähe der Stasi. Dann wird sich darauf ach, was sie wieder im Ernst Twoimhäteile in der Tat masks hin zum Beispiel? Dann wird sich die Stasi-Brahl-Affäre beteiligt. Bis zum nächsten Mal.